Arbeit machen und mir die Kanonen bauen, die ich gerade platziert habe. So wie es aussieht, geht es dann hier durch. Weiter. Du verlierst mal gleich keine Zeit, ab mit dir studieren. Obwohl ich ja den ersten in den Schlafsaal stecken soll, sich ein Nest bauen. Da sage ich schon Nest dazu. Wie sieht eigentlich nochmal der... Naja, also Trolle haben ziemlich komische Betten. Das ist auch ein schönes Gimmick im Spiel. Jede Kreatur hat eine eigene Art vom Bett. Also, wie man schon gesehen hat, Magier haben solche noblen Schlafsesseln. Goblins haben Betten. Fireflies bauen sich so kleine Nester. Und Trolle haben eine Blechschüssel. Das stelle ich jetzt mal nicht in Frage. Es ist halt einfach lustig. A sentry trap has been created in your workshop. Observe the creature panel on your screen. Click on creatures' numbers once or more to carry them. Then drop them where you will, just as before. Observe also the symbols which lie beside. Use these to gauge your beast's activities. The number which now fight or work. And whether there remain good humans. Ja, jetzt hat er gerade nochmal hier diese Tabs erklärt. Also, wo ich einsehen kann, wie viele Kreaturen ich habe. Was sie gerade arbeiten. Ob sie arbeiten. Meine Trolle sind gerade... Achso, die sind mit Training beschäftigt. Das bedeutet Training, okay. Das habe ich jetzt begriffen. Also, das hier ist das Symbol für Training. Das Symbol für Arbeit. Das Symbol für... ...Random-Aktionen. Zum Beispiel die Feuerfliege, wenn sie scouten tut. Und das hier ist das Symbol für Ausruhen. Genau so Combat, Angreifen, Verteidigen. Und halt die Laune der jeweiligen Kreaturen. Ja, das dachte ich mir schon. Aber das wird sich ja gleich regeln. So. Und schon ist er wieder glücklich. Genau, jetzt kann ich diesen Possession Spell... ...damit kann ich mich in irgendeine beliebige Kreatur reinversetzen. Nehmen wir mal einfach den Goblin hier. Und schon bin ich in ihm drin. Mit der Rechtsklick kann ich wieder aus ihm raus. Gehen wir mal wieder in ihn rein. Und jetzt kann ich mit ihm halt rumlaufen. Gut Sachen mit ihm machen. Ich sehe, dass du an dieser neuen Skill adept hast. So, Zeit für eine andere. Grouping. Es ermöglicht dich an ein paar Beasts zusammen in eine Gruppe. Für das geht es, du hast einen Krieg, dann wählst du die Gruppe-Key, dann schaust du den Krieg, dann schaust du den Krieg, und dann, wenn du eine andere, dann klickst du auf die Mouse. Alle Krieg, die Gruppe, wir folgen dich, wenn du dich bemerkst. Okay, jetzt muss ich gerade erst einmal nachgucken, was überhaupt der Gruppierung-Key ist. Hoffentlich kann ich das von hier aus, äh, Game Options, Control... Äh, nein, kann ich natürlich... Ah doch, die Fine Keys. Äh, Select Belize, Select First, äh... Togel Sniper Mode... Possessed Pick, Lock this Arm... Use Attack, Possessed Creep... Possessed One... Select Group is 7, okay. Dann können wir das gleich mal ausprobieren. Okay, also nochmal hier... In die Kreatur rein. 7... Und so ist der jetzt in meiner Gruppe und folgt mir. So muss man in bestimmten Missionen halt... Äh, Kampfgruppen... Na, den wollte ich eigentlich nicht. Kann man Kampfgruppen erstellen... Und... Eben... Dann auf den Gegner drauf trashen. Aber jetzt gehe ich erst mal wieder raus... Und fang mal an, mich hier hindurch zu buddeln. Weil... Hier sieht man schon den Umrissen wegen, dass hier ein Raum sein muss. Und in den... Query Tool... Achso... Naja, okay... Sel, das will ich nicht. Ach, damit kann ich die Map nur größer... Kleiner machen. Make sure there's adequate provision for your minions needs nearby. We have their own guard. Basically require their creature comforts. And it's wise to minimize the time they stray from duty. Also, er hat jetzt gerade das Wachhaus hier erklärt. Das, äh, Guardhouse. Und zwar kann ich hier... Eine... Kreatur platzieren, die hier in diesem Gebiet patrouilliert. Und sollte ein Gegner kommen, dann rennt sie und holt Verstärkungen. Hier in dem Kästchen kann man auch schön sehen... Welches Gebiet die Kreatur abdeckt. Kräuter habe ich genug, das brauche ich jetzt nicht abbauen. Ja, und als nächstes müssen wir halt... Muss ich halt an eine Kampfgruppe zusammenstellen und hier durch dieses... Durch diese Tür preschen. Um... Eben... Den Gegner... Anzugreifen. Im Allgemeinen ist die Idee gar nicht mal so schlecht. Aber ich finde die Umsetzung ist halt ein bisschen steif noch. So, hier geht man alle trainieren. Beziehungsweise meine beiden Trolle bauen mir hier noch zu. Behold... The Dark Elf. Their sniping skills are sharp as bolted arrows which she shoots. She serves you well in line behind your fighters and excels in duty as a guard. Ah ja, unsere erste weibliche Kreatur. Eine Dark... äh... eine Dunkle Elfin. Sie hat... äh... sie wird halt durch äh... solche Wachposten hier angezogen. Und... Sie ist eine... eine Fernkämpferin und halt gut äh... Als... Vor allem halt gut als äh... Wachposten einzusetzen. Die, die ich jetzt jedoch habe, die bleibt mal hier und trainiert. Das hier müsste sogar ihre... Ist lustig. So, entschuldigt die kleine Unterbrechung. Aber... Meine Aufnahme hatte gerade gestoppt, weil meine... Festplatte leider voll war. Ich musste jetzt die Aufnahme etwas... äh... Umswitchen. Aber ihr habt zum Glück nicht viel verpasst. Nur... Zwei, drei Minuten. Ich hoffe mal, dass ich das so... Beim Schnitt nachher einigermaßen hinkriege. Ja... Wir sind immer noch in Mission 4. Wurden mittlerweile mal von einem Zwerg angegriffen. Was aber halb so wild ist. Der konnte gegen unsere beiden Kanonen... Okay, es waren zwei Zwerge. Die konnten gegen unsere beiden Kanonen sowieso nicht viel ausrichten. Ja... Die Anzahl unserer Elfen steigt. Und auch unsere Trainingseinheiten unserer... Unsere... Also da oben muss irgendwo definitiv ein... Ja, da oben muss definitiv irgendwo ein... Heldentor sein. Ja, genau da. Sonst würden da nicht so viele... Nervige Helden durch reinkommen. Ja, da oben... Ja... 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 No... Ja... 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 Er ist aufgeräumt. Es gibt nichts mehr zu recherchieren. Ich merke gerade, ich habe vier Magier. Die haben mir die Fälle hier kaputt gemacht. Dann bauen sie gleich mal eine neue hin. Also ich denke mal, mit den Truppen, die ich jetzt habe, kann ich einfach mal... ...mir eine Kampftruppe zusammenstellen. Du kommst noch mit. Und dann ist gut. Dann gehen wir mal durch die Tür hier raus. Your Dungeon has been breached. Your Dungeon heart is under attack. What? Wer ergreift mein ganzes Herz an? Okay, wie auch immer das war, er ist schon tot. Nehmen wir dich noch mit. Goblin wieder mitnehmen. Und da wurde ich kaum geschlagen. Oh, Mist. Gut. Jetzt müssen wir wieder etwas warten. Oh, Mist. Ich bin ein ganzes Herz. Ich bin ein ganzes Herz.